Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu meinen laufenden Führungskräftetipps. Jede Woche, so mein Ziel, ein Tipp für dich. Mein Name ist Kai Beuth und ich werde dir zeigen, wie Führung praktisch und einfach funktioniert. Das kannst du einerseits über meine laufenden Führungskräftetipps lernen, du kannst auf meine Website gehen www.mitarbeiterführen.com mit UE und selbstverständlich kannst du einen meiner Kurse belegen über das Thema führen. Der Tipp von heute ist, entscheiden. Wie kann man eigentlich gut entscheiden? Das ist ein ganz, ganz einfacher, wirklich sehr pragmatischer Tipp, den ich fast immer beherzige und wenn ich ihn nicht beherzigt habe, ihn danach überreue. Ich kann sagen, ich habe schon Einstellungen vorgenommen, habe nicht auf diesen Tipp gehört und habe mich dann wiedergefunden in Aufhebungsvereinbarungen. Etwas, was ich vorher hätte wissen müssen. Der Tipp ist relativ einfach. Wenn es nicht eindeutig ein Ja ist, dann ist es ein Nein. Wenn du nicht vor der Entscheidung stehst und sagst, yes, das machen wir, habe alles verstanden, da brenne ich für, das ist die richtige Entscheidung, dann ist es immer ein Nein. Ein Ja vielleicht, lass uns noch mal schauen, man könnte gegebenenfalls Nein. Wenn es nicht eindeutig ein Ja ist, dann ist es ein Nein. Wenn du diesen sehr, sehr einfachen Rat beherzigst, wirst du sicherlich mehr bessere und gute Entscheidungen treffen als vorher. Und überleg mal, wie oft hast du dich für etwas entschieden, obwohl du nicht ganz überzeugt warst, es dir schön geredet hast und später wurdest du mit deinem Skeptizismus bestätigt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Wie gesagt, schau mal vorbei bei www.mitarbeiterführen.com.de und wir sprechen uns nächstes Mal. Ciao!